Ja Cobalt Level, stimmt ja. Das Level meinte ich eigentlich. Ich meine nicht das hier Level, ich meine das Level. Alu, Alu-Mite. Ja da muss ich Alu-Mite herstellen. Dafür brauche ich... Brauche denn so? Für eine Quest brauchen wir sowieso Alu-Mite, soweit ich weiß. Alu-Mite. Ähm. Ah, da brauche ich Obsidian für. Obsidian, Iwin und Aluminium. Und das in so einem komischen Verhältnis mischen. Alu. Ja, Alu-Mite, da. Zehn Strenge jetzt brauchen wir. Ja und darum sind auch bestimmt die Aluminium-Orwin-Busches haste, deswegen haben wir die auch bestimmt bekommen. Die hätten wir anbauen sollen. Mist. Haben wir den nicht irgendwo? Nein, aber nicht angebaut. Ja. Ähm. Cobble. Ah, ich baue mal eben welche an. Mach das. Ah, schlach. Warum bleibst du mich immer? Ja. Mach ich Lust hab zu dir das zu sagen. Oh. Okay. Dalom. Du stinkner Sacklecker, du. Wir haben schon jetzt zwei Stunden. Zwei Stunden, vier Minuten. Hm. Hast du denn dieses Meteorischen aufgebaut? Nein. Sie steht noch nicht. Ehrlich jetzt? Oder? Verarscht. Nein, die steht aber noch nicht. Okay. Sicher, die steht die ganze Zeit schon. Ich will doch die ganze Zeit schon was machen. Ich will doch die ganze Zeit schon was machen. Ich will doch ein Hammer craften. Ne, ein Hammer. Du hast Grandmaster the Obsidian Spitzex. Okay. Entweder auf englisch oder auf deutsch. Ja, Pickaxe. Ja, wie viele Obsidian. Ah, warte mal. Wir haben doch hier. Reinforced Obsidian. Das ist prove it. Das Obsidian kann ich schon mal umcraften. Das ist nämlich. Einen kann man. Das andere kannst du nicht umcraften. Aber, äh. Das eine. Das eine, ja. Das gechisselte da. Ja, ja. Aber ich brauche. Das ist nur eins. Ja, und eins habe ich im Inventar. Und ich brauche ein bisschen. Ja, weil ich abgebaut hatte. Und du so ein Magnet anandest. Ivan, ja. Ja, aber wir haben jetzt ein bisschen Ivan. Du weißt, ich nehme mal gleich die ganzen Stacks. Was haben wir denn noch für ein hohes Level. Ion, ja. Und wo ist der Dium bei. Sido. Keine Ahnung. 32 Mili bucket. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Obsidian gibt. Ich glaube das sind. Ähm. Wir müssen das Alumide. Wir müssen Aluminium haben. Hm? Aluminium, Aluminium Haben wir kein Aluminium? Nee Es gibt auch Aluminium Ohr Das ist doch von Tinkers, ne? Das ist doch egal Das ist doch egal, welches Das müsste man natürlich dann finden Warte, man kann die Aluminium irgendwie auch durch Alchemie kriegen Also ich hab's gefunden Ich hab jetzt 31 Obsidian 16 Aluminium Okay, boah, da brauch ich wieder viel Strom für Das wäre machbar Die haben das Chemielabor ein bisschen behindert gemacht Nee, ich hab noch nicht mal Aluminium bekommen Sodium Das Ding braucht einfach unendlich viel Strom Da So viel brauche ich nicht Ja, ist doch egal So viel brauche ich erstmal nicht Wechsel jetzt die Diskette mal aus Ich brauche noch ein paar Bei dir Ja, ich brauche noch ein bisschen Redstone Redstone und Zeug Deswegen mache ich nämlich auch Die Vanilla-Weltränder So ein bisschen besser Ich schmeiße das Zeug da rein Nein, mein Bacon hab ich mir nicht mitgenommen So, und der Welt ist auf Ja, geh ich mal kurz mit rein Und schon hörst du wieder die Viecher Oh, wir sind eigentlich die Fessels vollgelaufen Oh, ja gut Ja klar Die beiden sind auf Mach du scheiße Ja, ist auch alles dunkel Nichts gutes Ja, we pair Nice Tschüss Oh, Zentus ist in der Nähe Bumm Bumm Wollen wir gerade in den Inventar gucken Achso Ja, genau Hi, Herr Cooper Na, nicken Sie schon tot Trotz der Küste aus den Bei den Tierblöcken nur ein Tier aus Ah, ne, dann muss ich noch mehr Ich glaube, dann muss ich das mehr mit Lappes auffüllen, dass das schneller geht Lappes ist immer gut Ja, dann müsstest du doch hier unten irgendwo auch so ein Ding sein, ne? Ich habe hier eben noch ein Tier eingesammelt So, ich habe gerade keinen Magneter anschauen Dann müssen wir eigentlich irgendwie versuchen runter zu kommen, wenn das Ding hier auch irgendwo ist Ja, das ist ganz unten So, dann Hab ich meine Missione Ich habe es doch schon freigelegt Okay, kommt man da runter? Ohne Probleme? Ja, da kommt es ohne Probleme runter Ich werde nur vor den Viechern in der Nacht nehmen Ja, da kommt man ja nicht ohne Probleme rein Doch Kommst du? Ich habe es dann nicht so schnell wie ich Oder? Ich bin jetzt erst mal, wie oft bin ich gestorben? Keine Ahnung Zweimal Ich bin am meisten gestorben Ja Warum auch wohl? Keine Ahnung Keine Ahnung Weiß das nicht Tadadam Ich muss mal ganz viel Lappes mitnehmen Ja, wo sollte man immer gut gebaut werden können Hm? Das sollte man immer gut gebrauchen, oje Oh meine Spitzsacke Nein Zerskelett bitte nicht Gehen sie weg, jetzt gehen sie weg No Ich hab also schon Lack drauf Der Spitzsacke Oh, Modifier plus eins Hey Ich muss meine Spitzsacke gleich mal wieder aufladen Gehen Ich grabe mich jetzt leicht wieder nach oben Hm Ich grabe mich jetzt wieder leicht nach oben, damit ich irgendwo da hinkomme Ach da Hallo Wer her Ach da Wollte die Dame eher gesagt Und der Zombie Ja, buddeln wir ihn ruhig weiter Tschüss Ist das denn der Ausgang? Ja Das ist der Ausgang Ja Dann ist ja gut Warum ist denn jetzt so viel Kohle eher als hier drin? Ja war ich Ach so Ja gut Dann frag ich Dann frag ich es gar nicht Das war Dance Ohr Dance 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 Öhr Liebes Aluminium wachse bitte Und gedeihe Aua Vielleicht hat nen Schaden Ich kann jetzt n gucken, dass wir was herstellen können Hallo Mait Mal gucken Mal gucken 80 sind ein ingot das sind 3211 okay ja da werden wir hinten einander flüssiger was hat mir denn hier krieg ich das nicht ich habe ein geschenk fertig ich habe schon wieder eins der wand gefunden beschwerst sich ja sonst immer hättest du nehmen können habe ich ja eben auch gemacht als ich den tank da ein gesetzter 300 kann doch was haben wir da drinnen wurden schild das ding was wir unsichtbar ist krieg ich das sind von flüssig in dieser form Papa 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 hm Nein, nein Es nimmt überall das Zeug Ich habe es nicht ausgekämmt Ich muss das Zeug in irgendeiner Form kriegen, aber ich weiß nicht wie Mann, ich wusste das mal Welches? Äh, das ist Fairy Das ist, äh, was hat das für ein Level? Das ist Kobold Level Okay Aber ich weiß nicht wie ich das immer in normale Form kriege Keine Ahnung Ganz hesse Ja, so, so, keine Ahnung Ja, das war mir ja fast schon klar Wir könnten, ne, Ardite haben wir auch nicht Ich war das denn reingepumpt Hmh, wie war das denn da reingepumpt Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Mmmh Kacke Ich kam irgendwas angeflogen, nicht von mir Ja, bei mir kommt nichts angeflogen Ach nee, ach ich weiß was das war Ich hab auf die Kiste einmal rüber geschaut War das da So gemein damit No, no, no Ich bin wieder anschmetz Yo, pack dir noch mehr Lapisblöcke drauf Pack dir noch mehr Lapisblöcke drauf Ja, pack dir noch mehr drauf, komm schon Ich will das nicht voll haben Komm, noch mehr Komm, komm, komm Noch mehr Haben schon Ich sag gleich, ich will das Ding voll haben Komm schon, noch eins Gleich fertig Na, jetzt musst du noch einen Einzelnen reinlegen Ja Ey, guckst du mir grad zu? Ja, sieh Kann ich eigentlich auch was reinlegen Ach hier hab ich gar kein Ding drauf Hätt ich höchstens da Äh, hast du noch Blöcke? Kannst du mal bitte kurz rausnehmen, dass ich meinen letzten drauf machen kann? Oh Wird ja sein Deswegen nimmt man immer einen Block und ein Ding davon Ja Jetzt krieg ich die mal heil machen Also aufladen Das hört sich immer an Was? Ich hab Ne, ich muss jetzt wieder ein paar Blöcke herstellen Hat nicht gereicht Ja Vielleicht war es ein paar noch bei dir Sonst haben wir nämlich keine mehr Wir haben sonst kein Lapis mehr Ne Wird ja schon wieder was fahren gehen Ja Das war dann das Ach, Stuhl Stuhl Ich hab einen Stuhl Kack Stuhlbraun Braun, 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 Braun ist die Haselnuss Brom, Brom Das Fleisch hat so ein Schaden Ich versuche, ich versuche das mal einzuschmelzen hier Geht das? Nope Kann man das einschmelzen? Jupp Und dann Okay Dann K.O. See the level Erstmal rein damit Oh, ich glaube wir brauchen ein bisschen Lapis wieder Ja Oh, ich bin nicht voll Ich hab erst 423 von 450 Ist denn die Welt noch drinne? Ja Oh, kleiner Miesi-Zabi, geh weg Du kleiner Wichser Ja, bleib mir ruhig davor Hier, kriegst du Schlag in die Fresse Äh Ist ja das gut, dass wir von denen nur noch nicht haben Äh, ich bin blöd Wow, er hat's erkannt 4, 8, 12, 16 3 Äh, 34 Waaaaat Waaaaat Schöne wieder los Nix na gut ist ja egal hast du mit der kaka gemacht macht gerade nur ganz viele zauberte bücher zwei von den dingen habe ich gebaut ich habe mich voll verzählten bücher aber für zwei teile es reicht ja wenn ich jetzt 1 deswegen das ist ja egal sonst habe ich gerade nur keinen platz mehr plus modifier plus hast ja dann so die frage wie lange level die eigentlich wenn du durch durch die welt gehst ne bitte jump nicht sofort runter die treppe ist wirklich ich bin so lustig am graben ich denke so auch da ist ja irgendwann mal die wand ja habe ich mir aber falsch umgedreht beim graben und bin jetzt bei uns aber